Prominente und ihre Hobbys Ja hallo, ich bin Pierre M. Krause und ich fotografiere sehr gerne, so als Hobby. Und ja, seit neuestem mache ich ausschließlich Nacktfotos. Ich mache natürlich nur ästhetische Bilder. Und ja, ich finde die Nacktfotografie ist so ziemlich die reinste Kunstform der Fotografie. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich Nacktfotos mache. Sehr schön. Ja, toll. Tolles Motiv, toll. Ja, am liebsten mache ich ja analog. Wollen Sie das auch mal sehen? Was denn? Wollen Sie das auch mal sehen?